Mit diesem System haben wir die Möglichkeit bei voller Ausfuhrleistung, diese Maschine gibt es bis 18 Meter, dass ich bis 1,35 Meter von links nach rechts die Palette verschieben kann. Sollen wir es mal zeigen? Ja bitte! Das sind aber auch richtige Kräfte am Werk. Das ist wirklich ein Hingucker. Ja, wir haben mehrere Hingucker bei Popgarten, mehrere Besonderheiten. Ich schau mich noch ein bisschen um. Vielen Dank für den Einblick, Herr Nagel. Gerne. Bis dann. War jetzt eine schöne Messe.